Jo, das ist der Elbtunnel in Hamburg. Als wenn so ein X ist an der Decke. Was heißt das wohl? Das ist wie eine rote Ampel. Da, nicht fahren. Oh, ein Wagen steht auf der linken Seite. Panne, Unfall oder Erkrankung. Liegen, leider, erhebt zurück. Erstmal nachfragen, was los ist. Ja, der Fahrrad erzählt, dass der Rad anfing zu schlingern und er dann nach links rüber gefahren ist. Die Spur ist zwar gesperrt, wegen einer Baustelle zwischen Elbtunnel und Waldershof, aber nichtsdestotrotz weiß man ja nie im Tunnel, gerade im Tunnel, wenn die Autos mit 80 Stundenkilometer durch den Tunnel fahren und nicht eventuell bei einer links rauszieht, um die Schwelle besser sichtbar zu machen. Deswegen Absicherung. Wichtig. Mann, irgendwie Täubender Lärm. Damit man überhaupt etwas verstehen kann, muss ich hier lauter sprechen. Das ist zwar nachträglich draufgesprochen, aber man hört trotzdem, dass die Geräuschbügel im Elbtunnel wesentlich lauter ist, als die eigene Stimme. Noch etwas zum Wagen, warum der angefangen hat zu schlingern, weil natürlich der hintere Reifen kaputt gewesen ist. Dadurch hat der Wagen hinten gewedelt. Nun muss der Abschleppdienst vor, der bringt den Wagen raus. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020